Ich war der lauteste Rock the Classic Auf jeden Fall eine Sendung, die man sich unbedingt anschauen sollte Wenn man sich nun einen Hauch für Musik interessiert Immer wieder interessant zu sehen, wenn Gräben überschritten werden Zwischen verschiedenen Stilistiken Und jemand, der jetzt vor die Aufgabe gestellt wird Ein klassisches Stück neu zu interpretieren Dem zuzuschauen, wie er sich dann anstellt Und diesem Prozess beizuwohnen Das ist ein Privileg, da dabei sein zu dürfen Zumal, wenn es sich um sehr, sehr gute Musiker handelt Und die gibt es bei Rock the Classic zu sehen Und da dabei sein zu können Die distance war, wenn es sich um sehr, sehrياß wird Und da dabei sein muss, wenn es sich um sehr, sehr gut geht Und da dabei sein muss, wenn es sich um sehr gut geht Und da dabei sein muss, wenn es sich um sehr, sehr gerne geht Vielen Dank.